grüß euch zurück in series m3 bevor wir jetzt weiter machen kurzen Augenblick bitte ich möchte was schauen ob das irgendwie Tastatur und Mausempfindlichkeit wenn ich aufgegehe mir ist ja erlaube die Mausbeschleunigung okay das können wir da können wir ruhig noch ein bisschen was aber besser weil mir Komfort ist das ist schon besser mini Geheimnis gefunden schön sorry dass ich das mit der Maus jetzt erst geschaut habe aber das ist mir erst vor kurzem eher so bewusst worden da macht nicht mehr viel Sturmgewehr Patronen einiges aufsammeln mal wieder reinkommen ein bisschen ein paar Ketten es wird gleich wieder weiter gehen in wenigen Sekunden geht es da wieder ab bei Max und Mulle keine Ahnung wer der Max ist aber mir ist gerade kein anderer Name eingefallen ähm na will mir aufsparen die Muni ist da ein bisschen zu wertlos äh zu wertvoll da machen wir da eh au rautsmensch so die Fliegenklatsche aller Sam nachladen ich glaube jetzt ist das schon ein bisschen angenehmer so wie PC-Spiel habe ich leider noch nicht gespielt also bitte habt so ein bisschen Geduld mit mir mit den Einstellungen bei den Sachen und in und in einem The Long Dark oder in einem Mist Survival ist die Maus nicht so empfindlich wie bei den Spül komischerweise komischerweise aber warum weiß ich nicht au auch du schon wieder mal danke boah da geht's auch Ui! Waa! Drei gleich! Das hat's deppert! Waa! Das ist ja nicht mehr witzig. Ja klar. Waa! Ich komm nicht weg! Waa! Bist du deppert? Na klar! Au! Hure! Kenny, schön sprechen! Du bist auf YouTube! So! Zwischenzeitig darfst du dir noch mal irgendwas sagen, ohne dass die kleinen Pranger gestaltet werden! Puh! Wie sie elegant und zärtlich durch die Straßen schleichen, das gefällt mir! Okay! Jetzt bleibe ich wieder in der Level Architektur hängen! Toll! Gut gemacht Kenny! Du bist wahnsinnig gut heute! Muss ich jetzt sagen! Au! Au! Waa! Ich war ja das spült voll! So! Langsam vorarbeiten! F6! Mein nächstes Abschnitt bei einer Pizza! Herr Clears und Gnars und der Idioten. Guck mal. Guck mal. Drei von euch können das Leben schwer machen. Scheiße. Und ich hab fünf Raketen. Ah, 15. Nein, viel zu wenig. Ah, Trottel. Also der Sam kann im Laufmür nicht nachladen. Scheiße. Das hab ich vergessen. Ähm. Ich muss mich um die Grausen kümmern. Um die Grausen roten. Das war wichtig. Ich hab es nicht großartig gemacht. Ich hab es in die Grausen gekauft. Dann bin ich hier. Das war' los. Das war's. Ich hab es schabiert. Hat es aus. Dann bin ich auf dem Viker vergeben, bis jetzt bin ich nicht mehr. Sorry, dass ich wieder ein bisschen ruhiger bin, aber es seht sich was toll aus. Scheiße, jede Raketen ist wichtig jetzt. Jetzt momentan ist jede Raketen wertvoll. Zwei haben wir noch, aber die großen Roten, die können alle zwei weg. F6. Au, ich bin ein so ein Volltrottl. Sieben Raketen. Egal, ich speichere da jetzt einmal auf großem Risiko. Und da werden wir es jetzt mit den großen Roten stellen. Trottl. Sehr gut. Jetzt können wir alles das da hinten einsammeln. Und da ist auch noch Gesundheit. F6. Wie gesagt, leider ist das Spiel aus dem Microsoft Store verschwunden. Und derzeit eigentlich nur mehr auf Steam verfügbar. Und ich glaube auf der PS3. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Sollte ich mich irren, verzeiht es mir. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, gell. Hauen wir es jetzt bald. Und da ist jetzt bald. weg nachladen zwischenspeichern ja oder kommt da noch eine spawnwelle das kann nämlich auch passieren ich weiß nicht ich habe keine Ahnung aber normalerweise wir müssen als nächstes da um mich das kann ich sagen ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung Jetzt wird's ecklig. An das Stück kann ich noch erinnern. Oh oh. Ich speichere dort's nochmal. Jetzt wird's ecklig. Jetzt wird's mir oft draufgessen. Aber ich liebe Herausforderungen, das ist ja mein Problem. Au. Mädels. Bist du deppert, Schatz. Da ist er. Braucht noch einen anderen Ropfen, oder was? Ich hab eine Idee. Oh, zigtausend Harpien, Alter. Wahnsinn. Das ist Serious Sam B-Scanned. Genau so. Oh. Also Sam kann euch nicht nachglauben im Laufen. Schesse. Oh. Pau, ir müssen, ich weiß nicht. Bohe. Bohe. Bohe.